Echora, Profis für Ihre Reitanlage, live vor Ort. Das Projekt, ein Reitplatz im Chiengau. Als Profipartner für Reitböden, Stallböden und Paddockböden nehmen wir uns heute diesem Problemplatz an. Das Ziel ist ein pflegeleichter Profireitplatz mit Komfort und Sicherheit für Mensch und Tier. Wir starten mit der Aufnahme der alten Tretschicht und lassen diese fachgerecht entsorgen. Als Vorbereitung des Unterbaus lockern wir den gewachsenen Boden und verteilen den Schotter gleichmäßig über die gesamte Fläche. Unser Verlegeteam nivelliert jetzt lasergenau und bereitet dadurch den Boden für die Eco-Raster vor. Im nächsten Schritt werden unsere Qualitätsbodengitter verlegt. Mit einem Handgriff 1,33 Quadratmeter pro Lage. Dank der einzigartigen Sicherheitsverriegelung kann man schnell, einfach und sicher verlegen. Musik 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 So entsteht mit wenig Aufwand und ohne schweres Gerät eine große Eco-Rasterfläche. Mit dem Elektrofuchsschwanz oder der Stichsäge können Sie Anpassungen jederzeit problemlos vornehmen. Die verlegte Fläche wird nun mit Splitt gefüllt. Das Eco-Raster dient bei einem Reitplatz als Trennschicht zwischen Unterboden und Trätschicht. Ach ja, achten Sie bitte stets auf eine gute Wasserdurchlässigkeit Ihrer Materialien. Wir beraten Sie gern und bieten Ihnen alles aus einer Hand, auch die benötigten Baumaterialien. Der neue Reitsand wird abschließend lasergenau auf der Fläche verteilt. Fertig. Ziel erfüllt. Ecora wünscht viel Spaß mit Ihrem neuen Eco-Raster Profi-Reitplatz. Ecora. Profis rund um Ihre Reitanlage. Geist. Es wird tracken. Es wird cliff. Bei einem Fun premises. Für auch viel würde ich auch links übers Bienner hinseuer. Die DES mit Kоре. Dazu Birmingham. Da. Das戾 Hana.